Ja, ich bin Sophia Katz, ich bin Video-Editorin und Moderatorin und zur Play kam ich vor einigen Jahren, als ich für damals die Game One Online Seite einen Beitrag über die Play gemacht habe und im Nachhinein hat es sich so ergeben, dass die Play gefragt hat, ob ich Social Media mal für sie machen will und dieses Jahr hat es sich so ergeben, dass ich hier moderieren durfte. Zehn Jahre sind irgendwie gleichzeitig eine ziemlich lange und irgendwie aber auch eine ziemlich kurze Zeitspanne. Ich würde mich freuen, wenn es in zehn Jahren einfach generell mehr Kohle für Bildung gibt. Das bedeutet, dass viel mehr Leute ja auch Zugriff in der Schule auf digitale Medien hätten und damit auch lernen könnten, aber vor allem nicht nur, dass man diese digitalen Medien als einen Ersatz in der Schule hat für das, was eh schon existiert, sondern dass es auch für Lehrer, wie es hier bei der Play eben der Fall ist, Workshops gibt und Fortbildungen gibt, in denen sie lernen, solche Medien richtig einzusetzen und in zehn Jahren wird das wahrscheinlich durch den Wandel und die größer werdende Digitalisierung eben immer wichtiger werden und insofern wahrscheinlich und hoffentlich auch die Play.